hallo hallo na hallo hallo leute willkommen hier zum neuen mario maker 2 mal da so ist gleich wieder mal ein stream los ad ist noch gar nicht online ok dann bist du nicht online willkommen hier zum neuen maria ja 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 jetzt ist er online ja wo ihr leute willkommen hier zum neuen stream grüßt euch ja so einfach nur an hier ne ich schieb ja ja ich bin hier auf jeden fall wieder profi so schieb jetzt mal den chat hierhin hallo guten tag so moin hier an letzter lukas dischan fomex gamertode tindu pokerface letzter mobile gamer lunox grüß dich liodo moin lukas bluster nur der ssv grüßt euch dominik let's do mcmando nice and an creator hd trace jakey place richgrid grüß dich catspoid grüß dich all dies in die beschreibung das machen wir gleich heute habe was vorbereitet grüßt euch an hier bisschen zucker jedes mal wenn der salz im multiplayer zu sehr steigen wird gibt es ein bisschen zucker auf die kralle hier grüß dich lukas und berg schulul irgendwie so was hi leute ja würstchen auch moin an dich hier ja leute heute gibt es zucker und betrug und heute gibt es irgendwelche überraschung also leute bleibt dran zwei von euch aus der community haben heute irgendwie vor eine überraschung zu machen kilian und zwei überraschungen gibt es heute bin sehr gespannt was hier abgehend wird piosen sind 24 video zu gleich mal heute sport grüßte jetzt hier dominik grüß auch an dich hier und lukas ja leute ihr könnt man ja level 1 sendern ich muss das mal selber öffnen hier so in meinem wunderschönen stream deck genau so sendet mir euer level ein könnt ihr jetzt machen link ist jetzt irgendwo im chat genau so und wir fangen an leute mit einer runde oder zwei runden multiplayer in der zeit könnt ihr euer level ein sein muss über ein poket und denkst du grüßt dich auch ich höre gar kein sound nee es geht okay so so ihr seid euer level in der beschreibung ein und wir spielen schon mal ein zwei runden gegeneinander las moin ich werde salzverkäufer und millionär das ist aber hier zucker gegen den salz gegen den salz mit dem zucker jan philipp ach du warst das ja ja du warst das heik grüß dich level ist drin wunderbar fertig ja leute ich freue mich auf der runde betrug mit dem tod hier mein level genau jan philipp dein level kommt auch dran da war ja was so es dauert ein bisschen ich finde es einfach so lustig mein eigenes zu gucken was los mein level ist vielleicht ein bisschen 40 aber mein level ist ja ja so mal gucken ob das hier was wird sammler alle 10 alle 10er müssen ja wo dann geht das wie im gerade ist angefangen dominik mal gucken ich glaube bis zwei uhr machen heute nicht aber man weiß es nicht okay ich hoffe auf jeden fall 1 dass der stream heute nicht abkackt bietet 1 1 leute schreibt alle bieten der zucker macht mich fertig naja bieten für einzelne ja moin ich kann jetzt gerade nicht gucken verdankt schon fürs abonnieren das ist ja 1 1 2 bieten für nichts auch ein durch kommt da was Nein, kommt da was? Kann nicht wahr sein, ey. Das ist so geil. Oh, das ist mein Kuss. Nein, scheiße. Ich sollte nicht so viel auf einmal... Okay. Oh, was für ein Geschmack. Sehr schöner Geschmack auf jeden Fall. Heute werde ich 10 Kilo zunehmen. Geil. Mache ich morgen erstmal eine Fahrradtour. Rutschlumpf, grüß dich. Moin alle hier so ein bisschen. Euer Level könnt ihr da beschreiben einsenden. Ich spiele jetzt so ein, zwei Runden Multiplayer und ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Ich könnte jetzt schon wieder heulen. Ich könnte jetzt schon wieder heulen. Chris Peters, moin. Ach komm, grünen wir uns den Pilz. Komm, komm. Komm, jo. Verbindung ist bisher gut, ne? Ich hoffe es mag. Alle beten für eins und eins. Okay. Was sind die denn alle? Boah, dieser Zuckergeschmack im Wund ist echt schon heftig, ey. Noch nie so intensiv gehabt. Ich hab's ja erst überlegt, Salz zu nehmen, aber... Nee. Ich glaub, das wär ziemlich eklig. So, random Salz essen. Da esse ich lieber Zucker. Kann das bitte runtergehen? Pilian, grüß dich. Wo sind die denn alle? Haben die alle schon gewählt? Warte mal. Aber wir sind am Ziel. Da ist Mario, nein. Mario wird das schaffen. Was ist denn da los? ich drehe durch ich drehe durch es ist eigentlich normal so ja leute wir warten jetzt mal hier ne nein da ist er und nein wir hätten da oben sein müssen wir hätten da oben sein müssen worauf wartet denn da nein 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 ja schubs nicht hoch schubs nicht hoch alle inkompetent ja ja mach doch sei ehre macht doch ehre macht doch ehre ich mache ehre da geht es nicht hoch hallo neos grüß euch alle was ist denn los bei dem danke ja bitte gar kein problem absolut nicht alles klar sie wie grüßt ich juhu sein luten du grüß dich ich habe ein owner der die letzte münz hat darf ins ziel ja genau ja 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 hallo kirjan danke fürs mitglied werden warst du nicht schon mitglied und wenn ja welche stufe dankeschön kirjan ich habe ich glaube ich habe ich support leute Kian, Dankeschön, gebt ihm mal ein paar Herzen. Kian, was bist denn du jetzt hier geworden, ey? Wie bist denn du überhaupt hier? Ey, der ist da gar nicht. Das wird doch gar nicht eingebendet, so im Grund. Hallo? Hallo? Ah, das war schon der Betrug hier, ey. Danke auf jeden Fall, Kian. Pius gönnt einmal im Leben, ja. Kian hat geupgradet, ah ja. Leider bis Wochenende kein Level von mir, bloß Ansage gegen Pius, dass er mein Level nochmal nicht beendet, ja. Salzzeit, ja. Und Zuckerzeit. Oh, sehr lecker. Wollt ihr nicht bitte einen Löffel runterschmeißen? Und ich muss aufpassen, dass ich, ähm, vom Löffel nehmen, weil sonst ist das, äh, da ist sogar hier so ein bisschen doof. Irgendwer grüßt sich. Das nächste, warte, 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 warte. Ehrentot, Pius. Ah, Dankeschön, Kian. Warum wird das, aus irgendeinem Grund wird das nicht eingeblendet, weil du ja schon Mitglied bist, ne? Wird das irgendwie nicht eingeblendet? Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall Dankeschön an dich, Kian. Ehre. Ehre. So. Ja, ich würde sagen, eine Runde geht noch und dann geht es los mit euren Leveln. Vielen Dankeschön, Kian, ne? Viel Ehrentot. Ja, Pius. Habt ihr abgeholtet von Kingsley zum Ehre. Ehre. Warum bekomme ich thailändische Video-Empfehlung unter dem Stream? Weiß ich nicht. Vielleicht denkt YouTuber, ich bin, äh, Thailänder, oder das ist ein thailändischer Stream. Darauf erst mal Apfelsackle, Leute. Prost. Ja, Prost. Moin, Leute. Wie geht's euch, mir geht's gut, und dir? Grüß dich. Wie geht's? Wunderbar. Bis jetzt, meine Nachricht. Jan Philipp, dein Level kommt. Gleich. Wolltet ihr einen neuen Web gönnen? Ich tippe auf mit Paysafe-Zahlen, dann brauche ich ein Passwort benutzer. Näm. Paysafe schaffst du nicht PayPal oder so was? Oh Gott, was ist das denn? Achso, Multiplayer. Multiplayer-Level, Leute. Ich werd nicht mehr. Ähm, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Aber okay. Ab geht's euch. So, jetzt muss ich mal ein Skill zeigen. Jetzt oder nie. Ich bin Toilette, ne? Ja. Verbindung ist, ich sag mal, okay. Geht besser. Also, da ist auf jeden Fall mindestens einer, kein 1 in 1 Grunde. Mindestens einer. Okay. Oh Gott. Toilette, mach hin. Das ist aber uncool. Seid ihr alle ehrenlos? Oh Gott. Oh, Junge. Geh da hoch. Geh, geh da hoch. Kein Wummel. So. Was ist das? Oh. Hm. Alter. das ist ja mit einem applaus mit einem applaus in den chat das war's jetzt mal komplett knapp jahren jetzt geht es mal los mit euren die er mir in der beschreibung und jetzt im chat einzelnen würde ab geht's bis gleich okay kajan okay so und wie immer jedes dritte level ist ein vip level wie immer ne ja 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 okay so das erste level ist ja heute von jan philipp ich muss nur gerade finden wie das einfach schon lecken tut wie ich das laden tue so war heute 31 august an jan philipp was das neue eigene sendet eigentlich das ist mal eben machen woher kommst du aus hamburg jan philipp ach ich hab's ich hab's ich hab's ok so mario boss you leute ein leichtes level ok so 6 n j 8 b q g ok ab geht's passt ok soll ich einmal abhaken hier so ok time is over but ok servus moin tade grüste ich habe am 4.8 geburtstag läuft nicht der lachs doch doch ein der lachs level kommt einer haben und stimmt sein haus auf jeden fall ich kann da abkassieren und da fast jetzt ernsthaft letztes mal drei stunden gewahrt dass ich das level spiel das wird erst beendet wenn man da raus geht ja moin das ist ja lol das will ich ja gleich normal spielen bitte was ist das denn lol alter das war lustig smlg grüß dich alter hab ich noch nie gesehen lol und immer geht er von alleine runter ok jetzt verstehe ich mal was eingesendet hattest jetzt verstehe ich das ja cool sehr nice ja moin ja moin das ist skill ja ja richtig nice so das erste level für heute ist wieder von poker face ein super mario 3d world level ich sehe schon diesmal nicht so viel mario world hallelujah der letzte stream war ja echt so ein richtiger mario world stream einfach nur das ey so q b m g s f wunderbar so passt ok so ok hab mir eingenehmt nice wer ist der nächste das sag ich immer erst wenn es so weit ist das ist skill äh mehr deluxe ja das ist aber kein deluxe boom boom hat sich im wüstenland verlaufen wo sich wieder eis gebildet hat ah ja ah ja wow bei drei livestreams dabei sein dabei gewesen und jetzt auch kollege essen und das erste was ich sehe ist ein sweetmann level ähnlich wie meins ok ein pinguin für pios weiß er sich aufregt pinguin pinguin ja ich mag einfach das wüsten film ne das eis ist auch ganz geil ah ja ah ja verstehe ok dann müssen wir aufpassen aufpassen hallo bist du eingeschränkt im denken ich hab was jetzt los ich hab was jetzt los der chat scort einfach mal wieder ein youtube automatisch nach oben verarscht uns gleich immer mal alleine hey hallo was ist denn hier los ah ah marianna hat also gefehlt mit marianne klappt das also doch ganz gut danke schon an marianne an dieser stelle 3d über gleich ultra 4k da ja man da da oh gott oh gott äh kann das ding wieder runter kommen oh ja also geiler geht's nicht richtig geil das hätte echt belastend enden können ja ist es auch belastend geendet ich bin gesprungen ich bin gesprungen ich bin gesprungen so jetzt warten wir kurz hier easy oder bin ich gesprungen? ich bin auch gesprungen ne Leute also belastender geht's glaub ich nur noch bei Roller ja ein löffchen zucker für die kriegbahner jo du hast recht du hast recht ein löffchen ne ich wusste ob ich auch was anderes hier zunehme oder du sanne sieht man das? sieht man da überhaupt irgendwas? hallo da das ist nur zucker youtube ne also oh ich bin immer noch werbefreundlich leider ich bin immer noch werbefreundlich von morgen kann ich erstmal saugen ey morgen kann ich hier erstmal saugen oh geil oh geil oh hier waren wir schon mal mhm wer wüsste ich bin 18 was was ey jetzt bin ich hier ganz jetzt bin ich einfach gar nichts mehr scheiße ach doch hier es ist echt ende hier hallo ey wird's geh abkassieren ja ah geht doch ach ei 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 so aber jetzt bitte mhm lecker zucker ich bin 22 ich bin 22 los bei dir moritz zucker als gift ja irgendwie ja schon ne ich hab heute den ganzen tag nix süßes gegessen das ist der ausgleich ich bin 11 jahr aber pios 18 verläuft sich nach einem level wo es nur nach rechts geht oh man bitte ne das kann nicht wahr sein jetzt ne das geht auch nicht endlich Leute oh mein gott oh mein gott kann die jetzt mal spucken guck doch guck doch oder mach mal nicht so ey der ist nix ich dachte jetzt die hat den key eigentlich aber ok ah ja da müssen wir rein Leute ich bin 34 Läufer der shadow ich bin noch jünger eyda wie soll ich die jetzt besiegen von oben oder was du bist ja ganz lustiger die hitbox in diesem game ist sowas von belastung aber Leute wir haben den key wir haben den key lex ne eigentlich nicht eigentlich nicht nein ich hab keinen einzigen frame verloren Bruder das muss an deinen italien liegen diesmal nicht wegen mir ok diesmal nicht so wo bin ich jetzt ahja oh nein als ob die wieder da ist alles ob oh Junge Applaus bitte ne das reicht mir jetzt an dieser Stelle ich ich reiß dir gleich die Bude ab ne ich reiß dir gleich sowas von die Bude ab das reicht mal an dieser Stelle Leute mit dem Level uff ja uff eieiei alles von vorne nö nö eieiei so so immer noch kein skill hier ist doch doch nächstes Level ist von Shadow ja du bist noch da ne warst ja eben erst ähm hast ja eben erst was geschrieben ein Mario ein World Level ahja ein gutes altes Mario World Level soo el geht's ich bin gespannt was der Kian heute noch so viel Überraschung hat oder ob das das schon war was halt schon war ne auf jeden Fall war was geil ehren Kilian aber er hat sich ziemlich krass angekündigt ne ähm wir sind alle nicktube fans ahja dankeschön für diese information Kilian Game & Toad da kommt der Super Mario World Super Mario World ja ohja könntest du mir bitte einen Link für type äh type in Link ist der zweite Link in der Beschreibung neben dem Level 1 der Formular dort könnt ihr mir tonaten und mir euer letztes Geld geben Dankeschön Ehre ok so was das heißt hier schönes warum wir schon mal ne 10er Korn schon mal ganz geil ja yeah Yoshi Yoshi was geht hast du Probleme gib mir da nicht hin mh überall sind die Obo Wege aber ich weiß das noch nicht so ganz was das hier wird ok da brauchen wir mit dem Panzer oder so warum war ich nicht in der Tierlist eh mein Toad oh bitte nicht kein Fußkampf ok hallo geht's heute jetzt wieder wunderbar bei manchen muss ich nicht los und dieser Monat ist schon wieder gekommen ja genau am Start hallo Diamant Grüße ich war ein Checkpoint nach drei Sekunden Ehre aber der Abgang dazu kümmere ich kein Kommentar ab warte mal ich kann ihn nicht ich kann ihn nicht nur schlucken nicht aufsetzen schade auf schlucken habe ich jetzt nicht so Bock oh boy es geht mich eigentlich ab ey hier geht's aber wieder los hallo geh da rein Kollege wunderbar snuffy grüß dich und moina an alle die sollen da sind die noch nicht gegrüßt habe zum beispiel spike x2 ibs und dann machst du wieder ein bürf 2 wieder mit dummer bürf 2 weit nicht vielleicht was anders machen mal gucken spamt ihn voll ihr wollt das neues Video kommt nicht Spaß mal gucken oh ich weiß nicht gut feuerblumen können wir machen geht's klar finde ich ja klar machen ja Schlangenblöcke die liebe ich ja also gibt nix Abkürzung HD bam es will mal wieder bis 3 Uhr nee 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 ich hab mal was auf meine Switch gehauen jetzt ist mein was mein blaue mein blaue screen immer mein ja was willst du von mir ja ich hab das Level geschafft seid ihr stolz auf mich mhm ja war ganz nett ne ich hab ihn noch getötet ah nee nee hab ihn mitgenommen doch doch Black Screen naja ja hast du gut gemacht ne so nächstes Level komm gut voran hier Leute mhm mhm sooo das nächste Level ist von Tways bist du noch da wenn ja meld dich einmal kurz im Chat mhm ja außerdem außerdem die wir auch irgendwas machen hallo na hallo na moin leute freut mich auf instagram albert toad so 12 star wunderbar sooo oh a Mario World Level naja man baut noch nicht so viel Mario World Leute was ist denn los bei euch immer diese kinder ganz schlimme menschen gar nicht hallo albert ja moin so keep running and joy also immer rennen ja wenn ich einen nebenjob habe dann werde ich bei der mit die ehre ihre was willst du das nebenjob machen zeitung austragen dort auf jeden fall ehre an die ich schon keep running redet dran und später los profi profi zum profi das sagt keep running hast nichts von springen gesagt okay scheiße oder mit einer bisschen zu gesprungen das klar ich traue einfach nicht ich traue ihn einfach nicht ich traue ihn einfach nicht verarschen ich könnte das nicht gebacken ich krieg das nicht gebacken habe ich aber 10 über 10 viele speck 9 oder hast du das denn mann Mano, bin wieder da. Ich war gerade mit unserem Hund draußen. Gönnung, ich habe eine Katze. Poli. Nagel noch. Ja, geil. Ja, geil. Selbst das ist, ja, ein bisschen zu viel für mich. Ein bisschen zu viel für mich anscheinend. Alter. Ehrenlos. Wie der Tony hier spielt. Ah, wieder bei 10. Wieder bei 10, Leute. Alter Schwede. Ich kann das nicht riechen. Ich kann das nicht riechen. Ach, die Scheiße. Aber für ein Leben sollte nicht zu schwach. Okay. Äh, Zeitung austragen kann der jetzt eigentlich theoretisch jeder. Keine Ahnung, jetzt, äh, welche... Oh Gott. Irgendwelche Lagerunser einräumen. Na klar, da muss ich jetzt ein bisschen, ähm, kräftiger sein. Im Arm und so. Aber ein bisschen Zeitung sollte... ...jeder theoretisch gesundheitlich schaffen können. Und Marley grüßt dich. Moin. Oh Gott, Alter. Ehre. So, komm, beendet dein Level. Beendet dein Level. Oh, oh, oh. Ganz knapp. Junge. Die letzte Millisekunden haben entschieden. Ich darf erst mal ein bisschen Apfel sagt, Leute. Prost. Alter, Schuhe. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Und der Tisch ist schon ganz salzig. Äh, ganz Zucker. Ganz... Ganz... Was ist die Mehrzahl von Zucker? Es gibt keine Mehrzahl von Zucker. Oder ein... Eine Beschreibung, wie etwas ist. Es ist salzig, es ist... Man kann höchstens süß sagen. Ja, okay. Mein Tisch ist schon ganz süß. So. So kriegt er natürlich. So. Ja. Nächstes Level ist von... PXL Tendo. Bis noch da, wenn ja, meld dich einmal. Es ist ein... Ah, Mario World Level. Diese Überraschung hier, Leute. Naja. Ja, jetzt genau. Jetzt kommt dein Level mal lieber. Ja. Gutes Timing auf jeden Fall. Gutes Timing. Danach gibt es dann VIP Level. Fällt mir gerade wieder ein. Ja, dabei was? Ein gutes... Was? Es gibt ja einfach ein... Gerade sein Nickname ein, Alter. Also man muss sich halt echt los, ne? Mach was wieder so, Ende, ne? Ach so Scheiße. Es kommt vom Zucker, Leute. Vom Zucker bin ich schon ganz... Ganz durch. Schon richtig durch hier. Eieieieiei. Schon richtig am Ende heute hier. So. Ja, wenn du einfach los musst, ne? Mein... Oh, der Zuckergeschmack, ey. Ich habe gerade mega schröcken, Alter. Weil normal, ich bin es mir gewohnt, dass ich die Donations ja meistens im Chat schon mal sehe, weil die über Superchat kommen, aber eher spenden über Type, Leute. Type, link in der Beschreibung. Jetzt habe ich gerade mega schröcken. Dankeschön an Tade, Ehren-Tot, Leute. Heft-Tag Ehren-Tot, Leute. Tade, Dankeschön. Ah. Oh. Die Jamske. Ja, ja, genau. Ah, Gott, ey. Oh, Alter. Ich schweige schon wieder, ey. Wo ist das hier eigentlich? Aha. schneehaus der geister oder so das ist nicht cool das ist grüß dich das ist auch nicht geil das braucht man nicht eine todestür ist ein block ist gar nicht cool gar nicht gut wenn es noch mal vorkommt dann ist das kein level für mich mein lieber mag ich nicht das ist nicht so cool dass wir da hause gehen ihre solche blöcke sind immer 100 prozent richtig platziert vielleicht kann ich hier hoch weil man vielleicht geht es da hoch so wieder da moin zurück ssv grüß dich ne da geht es nicht weiter okay wollte ich nicht aber gerne was wollte ich spenden da kommt jetzt ein pilz das ist doch krass als ich dachte kann man sein neuesten items oder gegner in die in die dinger hier rein machen das ist ein anderer raum eins doch muss ich kurz hier predigen bin ja auch jeder student heute Ich bin Mr. Student Was ist los? Was ist los? Oh Ich feiere dich, Bruder Ja, der Predigtgeist auf jeden Fall hier Manchmal muss ich Los, wie genau wie der Geist Gehen wir nach Hause Ja Ja, moin Zucker, ich bin noch nicht Salzig, noch nicht genug Guck mal wie so ein Kackbratz Ok Ja, ist ok Jupp Ja Was ist das denn? Das ist los Jetzt mal real talk Das hier Wir hatten ja in den letzten vier Jahren Wir hatten ja ein Torlevel Ich habe gesagt, das ist kein Torlevel Das hier ist ein Torlevel Das hier ist eins Wenn das eins wäre, wäre das eine ganz gute Sache Und moin hier an Sarah, grüß dich Und moin auch an Annes Hey Pius, mach doch gleich Wo du es Ja, auf jeden Fall Denn Denn ist das hier aber leer, ne? Das reicht hier Bis Nelke, grüß dich Ok, Leute Alles wird gut Da waren auch Blöcke Wow Als ob da auch Blöcke waren, ey Muss los Ich würde sagen, 2 Trice gebe ich dem Level Das ist irgendwie gerade ein bisschen zu viel für mich hier Fürs 18 Röppel mit seinem Drehstörer aus der Cam Und sag ich, er ist nicht salzig Ja, ein bisschen rollen darf man ja mal, ne? Ein bisschen rollen gehört dazu Und hallo Jess, hier ist Grüß dich Moin So, das Level ist wieder ein bisschen zu viel für mich Was hat das hier eigentlich? Warte mal, warte mal Warte mal Ah, da war der Unsichtbar Ich bin Profi Warte mal Ich bin, ähm, Student, warte mal Ja, hier Ich bin, ähm Kommt direkt wieder der Abschuss, ey. Kommt direkt wieder der Abschuss. Ja. So, nochmal nicht. Nochmal lasse ich mich nicht verarschen. Jeder durch die Tür, Alter. War auch schon wieder ganz lustig, gefällt es heute hier am Start. Wieder richtig Ehre hier. So, hau mal ab jetzt hier, du Bödergeist. Geh mal nach Hause. So. Okay. So. Jetzt geht's los hier. Es geht noch weiter. Wenn's genauso weiter geht. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Studenten, äh, äh, äh. Ist jetzt ein Ziel? Komm, wir enden an. Oh. Der Ende der Level. Komm. Knochen da oben, Alter. Wo ist es los? Student ist am Start. Heute platzt es mir noch. Heute platzt es mir noch. Soll ich ihm trauen? Soll ich ihm trauen? Was kommt da alles? Der verarscht mich. Locker eine Todestür. Oder? Ist das eine Todestür? Hä? Hä? Ähm. Hä? Da, da, da. Da geht es rein, oder? Ihhh. Das ist ja mal ein tolles Level. Ja, sonst ist es lustig. Jetzt neue Vektoren sind unsichtbare Blöcke für Studenten. Okay. Interessanter, lecker Aufbau. Interessanter, lecker Aufbau. Ah, ja. Krass! Hau rein! Ja, und jetzt? Macht der auch zum Steinblock, oder was? Hehehe. Einer! Das ist, das ist voll das lustige Träume. Jetzt mal ohne Witz, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz hier, ne? Ich finde das hier echt lustig. Hätte es ja echt so nennen können, ne? Das farsche Level für Pius! Okay, das hat kaum beendet dein Level. Mach Schluss! Mach Schluss! Ich hab gesagt, Schluss, mach halt. Leute! Wenn du jetzt stirbst, Toadie, dann bist du absolut ehrenlos. Du kannst gar nix. Kannst nach Hause gehen. Dann möchte ich mit dir keinen Kontakt mehr haben! Okay! Nein! Nicht gut! Wir enden dein Level! Leute! Ich hatte dir das erwartet, dass ich das schaffe. Prost! Geil! War geil! Ich liebe dich, bist du lustig! Ich bin auch lustig, Leute! Oh! Prost! So! Am Ende liefst du ja, ja? Easy! Das war dein erstes Level. Alles klar, das war ganz geil eigentlich. Das war richtig geil. Hättest du aber Troll Level nennen können, dann wäre es noch geiler gewesen. Aber das war echt... Das war das beste Troll Level, was ich bisher gespielt habe. Jetzt mal ohne Witz. So! Tilshan, bist du da mit? Ja, ne? Dein Levelstran, wie immer eigentlich. Anni! Ne, ne, ne! VIP Level! Oh! Da war ja was! VIP Level! Wie süß war mir das 1! Kilian! Überraschung! Kilian! Soll ich das jetzt spielen, oder? Oder was willst du von mir? Hau rein, SSV! War schon mit dir! Wenn du Permanent auf Bauer sah, Juniors Spins, kann er dir nichts tun! Jo! Moin, ich hab gerade Pizza gegessen, sehe jetzt, dass du spimmst! Ja, Moin, Togger Nintendo! Moin, Moin, Moin! Bestes Troll Level als Danke, Kuss! Ja, war einfach bisher so, was ich gespielt habe! Pilz, pilziges VIP! Genau! Spiels zum Schluss, Pierce! Okay! Gut, dann ist halt die schon dran! Ist bisher das einzige, wie er viel ist, Freunde! So, die schon bist du da? Schreib mal was in den Chat! Hab auch geschrieben, dass ein VIP Level kommen soll! Jo! Ah ja! So, du bist da! Wunderbar! Soos! Ähm, da wollen wir den! Bin ja gespannt, was das für eine Überraschung sein soll! Okay, Jan! Was planst du denn doch, ey? Was ist denn los bei dir? So! N7 X 40 H Wunderbar! Soos! Okay! Eieiei! Gematode, hab diese... Ah ja! Gematode, Gematode und Simbin hier, oder? Ich bin hier der Pius! Der Ziel ist weg! Bruder, netzt eigentlich jedes Level so! Und zwar ohne Flachs! Jedes Level heißt bei dem einfach... Das Ziel ist weg! Jo! Ey! 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 Boom! Auch mal an dich! Eieieieiei! Ey! 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 hau rein da, gehen wir tot zu den Skylines, ah ja ah ja Städel bauen wie ein Profi 3 ok Fuse, weil das eine Überraschung ist deswegen zum Schluss und du weißt, dass das Highland kommt immer zum Schluss, ok alter, beweg dich was ist das denn hier hm, gib mir den Witz Heere was ist das für ein Bosskampf, Alter was ist los Alter bitte sei ein netter sei doch ein netter Mensch was ist los bei dir oh komm doch alles betrug komm mir jetzt her ja, so hab ich das nicht gemeint das hier schon wieder abgeht, ne jetzt ist aber, jetzt reicht's mir der wird da einfach durch den Eistapfen gekillt alles klar oder auch noch nicht oder jetzt kommt da kommt jetzt sowas von ran ne der regt mich so auf hier komm jetzt her alter huiuiui lach übermorgen es geht erst richtig los hier anscheinend oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott ja, wir müssen ihn besiegen mit Feuer, ne Leute? man kennt's eigentlich ganz einfach er kommt nur ein bisschen zu nahe gerade das ist das einzige Problem, was ich so ein bisschen habe aber sonst geht das eigentlich klar dauert halt ein bisschen lang, ne? komm immerhin nicht Katzenglocke das wär nervig bei der Katzenbau ist das richtig nervig, Leute so, entspannt entspannt spielst Fortnite äh, ich hab's mal ab und zu vor 100 Jahren mal gespielt aber eigentlich eher nicht so, Kamek grüßt euch ok, so, wir können durch wir können durch oder auch nicht Kamek, der Ehrenlose bam Snellborn, grüßt dich grüßt dich ah, ganz entspannt, Leute erster, ja man ja man so, GG ja, ich bin ein Profi ich bin ein Profi Leute weil es ja jetzt so gut lief, ne? machen wir mal wieder zwei Runden vernetzte Spiele denn, damit der Zuckerwert wieder ein bisschen steigt, ne? genau der alle hier äh, da ist warum ist dein Engel drauf? das ist ein kleiner Text, Alter guck dir das mal an, hier könnt ihr das lesen? ja, äh, Fokus ist auf jeden Fall hallo hallo da steht drauf meine kleine Sünde Eier Eier daumen wie diesen Sticker Zucker oder Salz? äh, Zucker Salz wäre richtig eklig stell dir mal vor ich ist einfach so wenn dem Salz, alter könnte ich ja richtig los und bleib einfach bis mein Ende dran ok, ja, Kina, was machst denn da? was ist das denn hier schon? was hat Todetta gerade gemacht? das Zucker gesagt jo, ist auch Zucker kauft euch bitte internet bei 1 an 1 genau wie ich nagell neuer Bänder rein in die Röhre bis seit aktuell ist auch alles gut akka ist optimal ich kacke auf den Pilz der sieht ein bisschen trashig aus komm, komm, gib mir ein Mushroom gib mir ein Mushroom lass mich los hallo danke für nichts dann einer kann den zum Ziel ey das hat auch nur Idioten hier nur mit Idioten zu tun ey so komm, rand ruhig vor komm, ich bin dir die kommen ja überall nur Idioten hier was ist das für ein Trash-Level, Alter was ist das für ein Müll-Level, Alter was ist das für ein Müll-Level, Alter Hilfe wo ist der Toad? ach, der ist auch hier ja, super Skillik oh, das ist so ein Mist-Level, ey Hilfe ah er hat auch hier er hat auch noch mehr er springt gleich im Tod er muss ja nämlich noch ein paar haben er hat immer den Key er hat immer den Key er hat immer den Key er hat immer den Key, Leute er hat immer den Key, Leute wo sind die denn, bitte? er wollte mich ein Verarschen eigentlich ah, lustig lustig richtig lustig richtig lustig ah ja, Ehre warte mal ab kurzem HD ab kurzem HD ab kurzem HD warte oh mein Gott guck mal geh doch da rein was ist das für ein Ehrenloser anstatt da rein zu gehen damit man keine Minus weniger Minuspunkt nur mit Idioten hier am Start, ey halt da rein zu gehen und keine minus oder weniger minus zu kriegen was ein idioten nur idioten grüß dich man könnte da nicht rein doch er fand den weg das war der einzig böse tot ja nächste runde geht euer levin weiter brost doch man kann durch die röhrer, klar kann man da durch man kann da nicht weiter? echt nicht? was ist das denn jetzt? willst du mich kommen denn abkassieren oder was? was ist das denn? was ist das denn? ja was ist das denn? einfach null balken, man kennt es die ehre genommen anfangs geht es echt nicht, ok leute habt ihr anscheinend recht boah, kann passieren du 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 guck mal auf ebay ne ahja, schon die nächste runde leute next try zu siegen einen epischen sieg zu holen, ne? so dann schlaf mal gut hau rein pils melke, war schön mit dir ich hab hier wird es nicht so schön einfach durch rennen einfach durch rennen das sieht nicht so aus ob man hier einen pilz braucht oh sag ich mir nicht, da ist ja das ziel, ne? das sieht nicht so aus geht mit dem pilz auf ehre ok, auch gut ah, man braucht die sogar ha, Toilette bist du dumm, ne? Toilette bist du geistig eingeschränkt das glaubst du gar nicht alle eingeschränkt geistig sind alle eingeschränkt geistig also ich geb noch mal ne feuer, äh, ne, 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 hier ne super bald blume geben wir nicht das jetzt mario-land-musik hä? ja und jetzt? lebt die jetzt oder ist die tot? was sind die jetzt? die ist tot hä? hi, leute was geht? hä? Alter, was ist hier los? warte mal, machen wir einen aufs erde? äh, bringt auch nichts, schade hä? hä? ich seh da was, Leute student! ich bin der student, Leute ah, skillig skillig hä? ja, 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 ja komm, eine ohne geht noch! solt hat der Docu, ja, 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 ja ich hab hier den durchblick ich hab einfach gesehen, da ist ne Röhre du kannst ja bestimmt rein Komm, einer geht noch. Ich bin hier gerade so im Flow. Einer geht noch. Einer geht noch ein. Eieieiei. Einer geht noch. Einer geht noch ein. Ehre auf jeden Fall. Pokémon Salz oder Zucker? WTF? Ähm, ich nehme Pokémon Zucker. Und Tanja, grüß dich. Moin, du Ehrentod. Grüß dich. Oder tot, dead, in dem Fall, ne? So. Eine Stunde fast rum. Ich bin noch nicht am Zucker gestorben. Schon mal ganz geil. Aber am Salz. Galaxie, grüß dich. Ja, man. Ja, man. Boah. Geil, he? Dreck. Das war Dreck. Drei Stunden später. So, weiter geht's mit euren Leveln. Die können nur mehr Qualität haben als der Schütter. So, nächstes Level ist von Lunox. Bis noch da, nee. Ja, Lunox. Bis noch da, melde ich einmal kurz im Chat. Einer ohne mit uns gibt es später auch noch. Machen wir auch noch später, Leute. Alles zu seiner Zeit. Der Abend ist frisch. Lunox ist da. Wunderbar. So, nächstes Level von euch. Einsendet könnt ihr in der Beschreibung, Leute. Und folgt mir auch gerne auf Twitter, Instagram und Discord. Da könnt ihr auf dem Community-Server aufgehen. Alle Links zu Twitter, Discord, Instagram, alle in der Beschreibung, Leute. So. Falls ihr neu seid, findet ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Hier gibt's wieder Mario Maker 2, Streams, Videos und sonst was. Nackt wird die Glocke, ganz wichtig. Oh, ja. Ja, und so. R1G, Ehre. Ab geht's. Mario 3D World. So. The Castle. Ah, ja. Ich folge dir auf Discord. Nice. Versuchst du nicht mehr den Weltrekord zu haben bei deinem Mini-Level. Ja, das war ein bisschen zu belassen für mich. Oder abonnieren für mehr Salz, genau. Und Zucker. Was geht jetzt hier ab, ey? Eine Maus, zwei Mäuse da oben. Du bekommst eine Katze, grüßt sie dich. Hallo. Moin. Ah, ja. Jo. Erstmal fast aufschlagen werden, man kennt's. Ich hab's grad kennengelernt, sagen wir mal so. Schmeckt. Jo, 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 jo. Oh, man kennt's. Ah, auf jeden Fall, Leute. Gehst du da jetzt, bitte. Ah, ja. Ehre. Bewegt dich. Okay, gut. Rauch aus der Hölle. Abo gleich Pokémon Zucker, Like gleich Pokémon Salz. Ah, ja. Ja, dann abonniert dich mal alle, ne? Ich kenn hier ab, ey. Ähm. Die Lava kann auch sinken. Die ganze Zeit. Das muss ich noch gar nicht. Das ist mir sogar neu. Das ist mir sogar Neuland. Ja, Hitbox. Dafür wieder am Start. Jo. 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 Wenn die Hitbox am Ballern ist, dann sind wir alle auf dem Ballermann. Jo, geil, auf jeden Fall hier unterwegs zu sein. Können wir nix besser ausprobieren. ausprobieren. Als hier unterwegs zu sein. Auf einem nagelneuen. Ey, Toni. Toni. So habe ich das nicht gemeint, ne? Du musst ihn nicht gleich umbringen. Ist wird gut. Hugo, grüß dich. Ruck dich. Sorry. Es wird gut. So habe ich das nicht gemeint. Alter Schwede, ey. Eieieieieieiei. Hallo, Miaoza. Grüß dich. Immerhin ein Feuerbund. Wie ich eine Katze besiegen. Aber ich finde ihn trotzdem mehr als nervig. Der geht einfach gar nicht so klar. Der ist der... Der ist fertig. Na, schwitzt du schon oder bist du schon aufgeregt auf meine Überraschung? Ich bin sehr gespannt auf deine Überraschung. Ich bin sehr gespannt, was der Typ da wieder planen tut. I don't know. Vielleicht nur eins. Wir haben ihn besiegt, weil wir einfach skillig sind. Das weiß ich. Bäm! Das war schon ganz großer skill. Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo, Leute. Was geht? Fokus! Rekord. Ey, ich bin so Profi. Absoluter Profi. Absoluter Profi. Du bist aber auch schon Lachs. Ja. Du musst bei jedem Fall Salz essen und bei jedem Windzucker. Ey, dann sterbe ich diesen Zwieben. Ey, dann warst du echt komplett mal wieder, ne? Dann warst du echt komplett. Pio, stell mal bitte Sabrina in den Times International ein. Sie liest die Nachricht nicht vor. Äh, sollte er? Hä, doch. Der hat doch eben vorgelesen. Hä? Der hat doch vorgelesen, oder wie ist komplett doof? Hat er doch? Oder nicht? Ich habe schon so viel Zucker gegessen, dass ich es nicht mehr merke, oder? Nein, hat sie nicht. Echt ich? Wer hat denn das dann gelesen? Meine Oma, oder was? Äh. Nee? Doch. Wer hat sie nicht? Hä? Wer hat denn das vorgelesen? Meine Oma, oder was? Oma, hast du das? Du. Ich? Okay, ich guck mal kurz, weil. Äh. Äh. Alert Box. Toad Alert Box. Muss ich jetzt extra einstellen. Nations. Ja, und wo are texts to speak, ne? Das ist aber drin, Kilian. Das ist aktiviert. Das ist aktiviert. Hm. Komisch. Also, es ist auf jeden Fall aktiviert. Ja, sollte ja auch auf mich gehen. So, ich meine, das ist jetzt eigentlich wieder aktiviert. Na, gucken. Na ja. Ja, deine Oma, ja. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, ist Pios und nicht dumm. Ich hab das gehört. Ich hab das doch nicht vorgelesen. Hab ich voll. Ich meine, ich hab doch gespielt in dem Moment. Na ja. Wir sehen's ja auch mal, ne? Kannst ja, könnt ihr ausprobieren, oder? Spend auch mal was. Zum Test. Zum Test. Ne? 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 alles klar okay wir haben auch aus der test gemacht das macht es so er war da jetzt ja 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 so machen 3 die welt alles da heute ist der 3d ist ja ehre was war die idee vom letzten level zeige nochmal angekündigt ich dir einfach zwar selber ein heiser wir laufen wieder richtig heute wir läuft lieber bühnen bei mir läuft nicht bei mir rennt die nase jetzt aber ich hätte es aber richtig denn hier so ein bisschen der music mix ja nach dem level zeit noch mal die mero grüßte ich hab dir ein mal aus der langen sind nice und lukas grüßte ich bei lucas berlin was geht ab was geht jetzt hier 1-ups in triforce ehre triforce ja ja fjus eier test 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 sabrina bist du da hier ist er doch was willst du eigentlich von mir ich habe immer noch 25.000 wieder das kann man wieder weg hier brauchen wir nicht mehr der sechs stunden wird kommen leute demnächst schalten sie ein abonnieren sie meinen kanal dafür leider ist das laut ist so laut der profi ich bin ein profi bin der beste youtuber auf ganz deutschland bitte abonnieren sie mich alle und leiten sie man zu und bitte nicht bis gleich auf von 3 bis gleich oder verkraften machen hier aber bitte ein was auch nicht ich würde mich heute um wusste ich muss wissen heute wegen den drei des leistungs kommen darauf nicht so klar der der leistung live hat ja der leistung ist live glaube ich sind wir live hallo das ist jetzt hier doch 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 sechstes live alles ehrenlose schweine geht nach hause das ist gut leute ja wie der titel ist leider clickbait oder ne da stand da eben don't move ich seh's ich seh's ich seh's ich seh's jetzt muss ich sogar Sport machen gleich hat Zucker loswerden hier ah ne ich bin wieder ein Student gehen wie wem ist der Student oh mein Gott so jetzt ist ran ran der guter ran wer kennt jetzt ran wir alle die Musik ist geil Leute Musiklevel gehen auch voll klar kann man machen Ehre Ehre einfach so und nicht anders was jetzt was ist er gerade ich hab's nicht so schnell lesen können aber wir sind im Ziel und Jassi grüß dich moin 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 wie kommst du auf den Namen Tollers das ist schon äh mein alter Kanal Name war das darf man bei dir die auch eine Beschreibung zu fügen ja aber brauchen wir jetzt unbedingt ich mach auf jeden Fall ein Like sagen lassen Ehre hallo hallo ah ja Dankeschön Dankeschön hat ja nur zwei Stunden gedauert aber schreibt ja alle Kommentare haare hier was ist denn hier los die schauen wieder ehrenlos hier auf jeden Fall immer diese Leute die Rekorde klauen Kamek was mit Kamek immer diese ehrenlosen Leute Hä hier war doch mal ein Kommentar oder nicht Hä ja hier ist das Level übrigens Leute Pius in meinem Level musst du auch lesen mal gucken ob du Bubble abschließen musst ja das muss ich wohl bin da mal weg tschüss hau rein Mero und hallo Lukas64 grüß dich so Leute nächstes Level ist von 4max bist du da mit ja meld dich einmal kurz im Stream dann ist dein Level dran ja und Sonon moin grüß dich guck mal unter deinem Röhrenlevel Röhrenlevel ach Pipeland ne Pipeland ne 4max ist datenice bester Lachs ey Daumen hoch für den Lachs lol irre so 4max ist jetzt dran mit einem Mario Boss Level ahja so dir Scharn hör auf jetzt ist aber gut hier ne 3dk ja 2d td 7 ich kann mal vergleichen hier 7g sag mal ein Buchstamm zu früh ey was ist der bei mir los so super Mario making 1 1 ahja 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 ich ich finde das Level nice das sind levels wo kann ich sagen an welcher Stelle unsere Mall高 ahja das kannst du nirgends so seeeeeeen tyh tyh îídū tyh hy Prozent Hà 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 hê hě Hæ h sponsor auchạo Er watched Wat Loğı ipad grüß dich okay ja ja die idee idee ist nett das ist level ein bisschen warten muss immer da passiert was schönes so ein level ist das genau so ein level ist das wohl auch wenn dem einfach getroffen werde man kennt ich bin profi stern hallo immer diese sterne ihre leben die was einmal mit ideal der idee ist cool ja alles kaputt und so richtig entspannt hier alles gefällt mir okay das war jetzt ein bisschen zu schnell für mich oh gott kommt da was ja das war so wieder komplett leider mag ich war nein das ist ein comic für mich auch nicht auch einfach comic comics in der deutsche name also ich bin hier in deutschland und da heißt das comic ja in deutschland heißt das comic na ja sie so ist das hier so da können wir rein da will ich aber nicht rein das ist mir zu gefährlich das regt mich um vier ja eben das war ein bisschen belastend das hier war auch belastend ich sterbe in 1 1 wenn du weißt dass dein teil verharrt ist dann spielst du dieses level so eigentlich voll entspannt ne außer für so leute wie mich die profis ja für die ist das eine herausforderung ja ja den profi stern ha ja das ist 1 1 aber mit hindernissen die werden müssen ja ja genau die hallo starke grüß dich ehre so wir warten einfach besten ganz entspannt alles wird gut ich muss hier weg ja das ist dasselbe ist eigentlich ganz cool ja ein checkpoint wäre auch noch ganz cool gewesen aber was nicht ist kann auch nicht mehr werden so aufpassen gleich kommt was fieses gleich kommt was fieses genau das hier ja ja hallo easy wie ab wie einfach das getimt ist das einfach so aussieht richtig gut richtig gut richtig gut und one up lp grüßte ist sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gefällt mir ja gute idee gute idee kann man sich mal so können sooo ok wie viele sternen habe ich 6.000 noch mehr ah modi 8k voll spaß sooo ganz entspannt und einfach auf ehre hier heute ja abonniert mich hey neue seid und ihr den stilligsten kanal deutschland sehen wollt ja 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 so kräfte hd grüß dich und dann ist dran ne weißt du bescheid ja die schaden ehre lad mir level hoch ja die die lassen sich ja nicht in zwei minuten bauen ne das dauert ja ein bisschen ja erst mal 100 likes ne erst mal 100 likes bin da nice sooo mario boss you alles klar ehre w h s 2 g f j 6 g ehre so ganz entspannt guck mal habe ich doch eben oder nicht da war ich doch eben ja 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 hallo leute ist pios bisher sehr skillig schreibt in chat albert ich bin immer skillig weißt du doch bin immer profi denn der profi schlechthin ja 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 was geht denn hier ab eh ich brauch kein geld ja 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 so und nicht anders so und nicht anders geht er hoch hallo ehre und hm ist da was ja ok abkürzen nicht da pios der lachs genau das ist ein richtiges der lachs level hier mhm knapp alter er ist nicht skillig er ist der lachs mhm ja zwei zwei ah ja ah ja zweite challenge ja also für mich ist das hier ganz leicht ne bin der profi easy easy oder auch nicht warte mal oh 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 profi bam einfach gut ey ja drei eine komisch drei aber ok oh warte mal das musste man so machen echt jetzt ok ok super wofür brauche ich den ah ich sehe schon ich sehe einfach schon so wollte das wollte jetzt nicht aber ok ha profi ja ja unfassbar nein ich kippe um ey das ist jetzt nicht passiert es gab einen checkpoint jo 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 hallo komm raus kollege wenn man einfach los muss also ein pech muss man es mal haben ey voll fies voll fies sind da viele gestorben weiß das einer hab's ja nicht drauf geachtet ach so scheiße oh ne oh ne ohne pilz absolut ehrenlos komm herr kollege ey so habe ich es nicht gemeint ha pilz muss los kein check die welt ist schön aber aber aus dem fenster aber aus dem fenster jetzt gibt es mal 10 euro der skill ist da oben dach geschoss da ist er angekommen heute ehäähäääeäää!!!! jajaäA So, ein bisschen warten. Bam! Wir haben jetzt ein extra Leben, Leute. Was wir hoffentlich lange behalten werden. Hoffe ich für mich... Ja, easy. Easy. Leider nein. Das wird noch. Komm, 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 komm. Mh. Ja. Machen wir die Tür auf. Okay, easy, easy, easy. Nein, 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 nein. Hör auf. Was will denn der von mir? Ey, wenn ihr sterbt, ne? Profi! Noob. Wie macht der Zug? Noob, noob. Heute aber nicht. Heute macht der... Äh... Skill, skill. Okay, äh... Bitte nicht den Stuhl abreißen. Den brauche ich noch ein bisschen. Prost! Prost! Ah, richtig gut. Richtig gut. Das ist Skill, wie ich den sehen will. Dafür steht mir mein Name. Ja, ja. Der Mobile Gamer ist jetzt dran mit deinem Level. Bist du noch da? Wenn ja, melde dich einmal. Hey, Pius, hab Pibi gefragt. Ja, und was hat er so gesagt? Sam? Ja, ja. Nächstes Level von Mobile Gamer ist noch da. Wenn ja, melde dich einmal. Pius, wenn wir mal Real Talk sprechen, ich habe theoretisch meine Level-Einsinnung für diesen Swim noch frei, oder? Ja, aber das kann ein bisschen dauern, ne? Weiß Bescheid. Viele. Viele. Ja, ja, viele. Ja, ja, okay. So, Mobile Gamers, Lukas ist schon mal da, nice. Aber Mobile Gamers statt nicht. Dann ist die nächste Einsendung von, wo haben wir die denn hier? Ah, ja, der Chaos Musik. Easy. Chaos Musik ist, bist du dran. Wieder mal ein gutes Timing für dich an dieser Stelle. Hast du wieder so ein Mega Level eingesendet? So ein Riesen-Ogi. Ich nehme mal an, ja. Easy. So. Okay, wenn es so weit ist, bekomme ich es dann damit. Äh, was genau meinst du? Ha, da bin ich, ja. Ist wie ein Titan. Ah, ja. Ah, ja. So. Einer, 1000 Likes. Läuft bei dir auf jeden Fall. 1000 Likes. Auf deinen Nacken. Nee. Was macht das los? Hino. Und hat der mit Hibi schon geantwortet? Sam? Ich glaube nicht. Äh. Wer ist das? Waru Daniel. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, man sieht es auf jeden Fall direkt. Das ist der Vulkan. Ah. Wir müssen jetzt diesen Trottel, also den Monty in dem Fall, nach oben bringen. Ah, ja. Das war nicht nur Reset. Ja, Reset hier. Ah, ja. Jo. Jo. Geile Idee. Ah, ja. Jetzt ist es für diesen Idioten da, mit seiner, äh, der hat ja einen Schutzschutz, glaube ich, ne? In, in Zelda. Ja, der muss jetzt ganz nach oben. Das erkenne ich sogar wieder. Äh, Kollege. Kollege. Komm mit. Genau. Kollege. Kommst du, Papa? Kollege. Ah, bist du unfähig? Ah, geht doch. Ja, moin. Super. Geil. Tanuki, okay. Was ist das für ein Kommentar? Was ist das eigentlich für Kommentare hier? Was ist denn da los, ey? Zwei Wege. Ich gehe mal nach oben. Zwei Wege. Und hier brauchen wir auf jeden Fall die Feuerblume. Also, war es, denke ich, eine gute Entscheidung. Wir brauchen wieder ein, zwei, drei, vier, fünf Red Coins. Okay. Ehre. Ich schalte doch die Kommentare ab. Alles nervig. Ja, okay. Ja, okay. Meistens stören die ja nicht so, weil es nicht so viele sind, aber, ja, man kann sie abschalten. Mache ich auch oft. Das ist ja entspannt hier, also. Ganz entspannt. Ah, hier brauchen wir den P-Switch. Ich bin ja Profi. Für mich ist das hier alles ganz entspannt. Hier ist wieder eine Red Coin eigentlich, ne? Nehme ich mal an. Sagt er und lässt sich treffen. Ich brauche noch einen P-Switch. Ganz entspannt. Ich bin es, der Profi. Ich hoffe, ich kriege eine neue Feuerblume. Wäre ganz gut. Der Mauerwurf hatte keinen Bock. Ja, das merke ich. Oh Gott. Ah. Ehre. 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 Hm. Okay. Alles supi. Alles supi, Leute. So und nicht anders. So und nicht anders. Ähm. Und jetzt? Ah, hier ist nix. Besonders. Okay. Also noch da. Jetzt fehlt mir so ein bisschen der Part mit dem Monty. Der war um ehrlich zu sein, mir ein bisschen zu kurz. Ich dachte, der ist ein bisschen länger. Ich habe dir mir ein bisschen länger vorgestellt. Komme ich da wieder hoch? Okay. Gut. Da hinten kann man auch noch hin, aber ich gehe lieber entspannt hier runter. Ja. Ey, ich gebe ja sowas von ab, ne? Was hier schon wieder los ist, ey? Ich weiß schon gar nicht wieder, wo ich hin soll. Weil wieder so viel los ist. Ah, ja. Ah, äh, äh, äh. Da ist noch was, wo wir hin können. Mäschchen, das einzige Mädchen. Mädchen, Alter. Ich kann nicht mehr reden, ey. Weil wir abends auf jeden Fall wieder gebucht. Kann sein. Ich weiß nicht, Sarah. Ich weiß es nicht. Jetzt melden sich alle weiblichen Zuschauer. Schreibt jetzt alle was im Chat. Ja. Und kocht mir meine Pilzsuppe. Oh, ehrenlos. Hier wollte ich nicht wieder hin. Oh Gott. Ich... Nein, ich will nicht sterben. Ich bin noch zu früh zu besterben. Es war so klar. Oh, Feuerblume Ehre. Hä? Jetzt sind die ganzen Dinger hier wieder weg. Oh, nuu. Nils! Moin! Jetzt ist der ganze Scheiß hier wieder weg, ey. Mann! So ein Beschiss hier wieder. Je! So, hier war glaube ich nichts mehr. Komm, hau ab! Geh weg! Wir müssen los, Toadie! Ah, wieder sehr belastet, Leute. Wieder eine sehr hohe Belastung. So, jetzt easy durch, easy durch, easy durch, easy durch. Profi! Profi! Du-du-du-du-du-du. So, jetzt machen wir alles richtig, Leute. Machen keinen Scheiß. Machen alles sehr profihaft, wie immer. Und dann geht das alles gut hier. Samurai-Taut, grüß dich! So, was war jetzt hier? Okay, da waren nur die CR-Coin. Ich glaube, uns fehlt ja eine Red-Coin. Kann das sein? Ich geh jetzt erstmal mal hier rein. So. Ah, ja. Was wird das hier? Hä? Hä? Ah, ah! Student. Der Student ist am Start. Ich hab's verstanden. Hä? Ich bin... Ich bin... ...intelligent. Aha! Ich weiß, war sehr schwer, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Da brauchst du schon 200er-EQ, sonst wär das nix. Wo ist jetzt die letzte Red-Coin eigentlich? Abschuss! Wo ist denn die letzte Red-Coin? Ah, ja! Ich weiß es. Oder auch nicht. Ach doch, die war doch irgendwo da, links, ne? Ah, ja, ja. Oh, Gott. Puh! Skillig! Eine laxige Intelligenz. Bester, unser... Rest hier und Deppius, ja, genau. Ja, genau. Ja, Yasin ist mod. Ja, Yasin hat's mir 10 Euro gegeben. Kappa. Ja, ja, der Yasin. Ah! Ehre! Ich bin einfach... ...gut. Ja, jetzt nach oben. Jo. 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 Auch das Level ist wieder richtig nice. Auch das Level ist einfach wieder richtig, richtig nice. So, ab geht's zum Bosskampf. Bei auch so einem Checkpoint oder so. Für so... Genau. So. Final Boss, Leute. Skillig. Okay. Das ich da nicht getroffen wurde, ist auch schon wieder... Oh, Gott. Auch schon wieder sehr laxig. Auf jeden Fall. Oh, Gott. Okay. Einer noch. Ich hab hier ein Glück, ey. Hilfe. Hm. Bin der King. Luca Akul. Grüß dich. Willkommen im Stream. Ich bin Profi. Yeah. Ich bin... ...der Profi. Bam. Sehr, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Ja, Sam, sag mir doch einfach mal, was das... ...was er gesagt hat, Sam. Ich gucke ja jetzt nicht nach, was irgendwie der Hübel-Leut gesagt hat oder so. Sag's mir doch einfach kurz und zusammengefasst. Ist das... ...so ein langer Text gewesen oder... ...woum geht das nicht? So, sehr schön auf jeden Fall. Und Tanja, hi. So. Pierce ist zwar nicht... ...das Darks oder Toads. Ja, Mann. Darf erst mal... ...Apfelsaft. Ja, Mann. Oh, hallo. Hallo, na. So, äh. Das hier ist meine neue Webcam, Leute. Hallo. Schön, ich hab auch vor, dass wir meine Webcam, ey. Wirklich geil, ne? Das ist hier unser 4K, wenn wir uns kennen. Hallo. Ja, das ist unser Webcam, Alter, man kennt's. Ah, sehr schön. Sehr schön. Angenehm, ne? So. Nächstes Level. Und zwar von... Ähm, warum wir denn hier die Liste... ...da. Nice, man, Anna, bis noch da, wenn ja, meld dich einmal kurz im Stream. Keine Cam, ja, Mann. Kev, grüßt ihr erst mal. Moin. Moin. Die Apfelkämen, genau. Ich bin noch da. Ehre... Ehre... Ah, angenehm, ne, Leute. Ich bin amüs. 23.09. Ah, ja. Moin. Moin. Rotstrumpf ist auch am Start, aber ich würde sagen, der, ähm, den nice Bananen auf jeden Fall nicht, ne? Ne. So, dann, ähm, Lukas64, bist du da, wenn ja, Melty, einmal kurz. Unbelastend. Machen wir gerade einen Curry King, gönn wir. Gönn wir. Mast Nulls, wie mal gucken, mal gucken. Galaxiges Moin. Hier ist um 13.45, wird es dann soweit sein. Ein bisschen Spannung muss sein. 23.45, okay. Okay, kikern. Leute, bin sehr gespannt, was der Kilian von Überraschung hat, Leute. Bleiben sie alle dran. Hier wird heute noch was passieren. Irgendwas, mal gucken, was. Lukas ist da, Ehre. Achso. Ehre. Ähm. Mario Bros. U. Okay. XC. 4. T. 2. C. N. M. F. So, los geht's mit dem Level von Lukas auf Mittel. So. Boah. Ja, Sarah, ja bitte. Schießt mir. 5 Euro. 5 Euro nehmen wir auch ganz gerne. Ein weiteres Geisterhaus. Wer will Spielspaß? Wir gehen mit ihm. NdTube Deutschland. Grüßt euch. Ihr seid meine Lieblingsentwickler. Ich liebe euch. Ich liebe euch. NdTube Deutschland. Immer wieder geil. Okay. Alles dunkel. Es ist Nacht, Leute. Toad erlebt jetzt einen spannenden Ausflug in die Dunkelheit, Leute. Wir haben zwei Wege. Ah ja. Zwei entspannte Wege. Und irgendwie ist hier alles ein bisschen merkwürdig. Hallo. Hallo. Was geht hier ab, ey? Ich bin der Einzige Österreicher. Nee, nee. Österreicher gibt es hier viele. Halber Zwischengefühlt. Ja. Geh halt wieder zurück. Okay, jo. Jo. What? Lukas, Lob machen wir. Ich habe schon ein bisschen gespielt, vorhin. Ja, Sam. Nicht, kenne ich das. Du wolltest mir doch beantworten, was Hübi gesagt hat. Anscheinend ist das ein Aufsatz gewesen. Sonst könntest du mir das ja schreiten. So, okay. So, nochmal der ganze Spaß hier. Wie man es kennt. Man kennt es. Fertig. Yeah. Ja, Mann. Nach GTA 5, ein entspannte Video von Pius, der fällt. Das ist kein Video, das ist ein Stream. Mhm. Ein Stream. Ja, ich gehe da einfach mal wieder rein. Da kam ja woanders raus, ne? Oder? Okay, wir leben noch. Was geht denn eigentlich ab hier? Ein bisschen killen. Tschüss. So, habe ich das nicht gemeint. Eih. Kann ein... Bruder, stopp. Kann ein Teles Video erst nächste Woche Freitag bringen. Uff, wie bist du denn gerade? Ach, du bist... In England, ne? Da war ja was, ne? Ist es ein schöner Akiljan? Äh, kick. Äh, kick. Äh, kick. Nütz, äh, Ziel. Äh, Nütz. Äh, vielleicht ein Zehner, Louis. Was für ein Zehner? Was für ein Zehner? Ja, das ist ein Rekord. Geil. Ich bin ein Profi, Leute. Ach, 47 Sekunden. Einer, richtig geil. Richtig geil. Obi-Wan Kenobi, grüß dich. Muss zusammen gespielt werden. Ja, einmal reicht mir. Äh, aber es war's gut. In England, jupp, ist schön hier. Das Essen ist super, jo. Gönnung. Ich hab dir bei Magiküberdisco einen Kommentar geschrieben. Und guck mal rein, Leute. In meine schöne, meine schönen Level, meine Deluxe Level, oder? Meine Deluxe Level, so. Moin, YouTube, Moin, nice banana, grüß dich. Fuuuus. Sehr, sehr schön. Du bist kein Profi, sondern Lachs. Ein, aber der Lachs. Fuuuus, ist keine Pilzsuppe für dich. Für dich macht, äh, macht was? W-w-w-w-w-w-w-w! Fuuuus, keine Pilzsuppe für dich. Macht dir selber. Von uns Milchen kriegt nichts. Achso. Kochen! Sarah, koch mir ne Pilzsuppe. Eieiei. Hey, ne. Ey. Ne, ne. Ich hab mich auf Twirft, auf Mario Maker. Kann ich euch's gerne zeigen. Habt ihr zwei Kommentare bei Magiküber geschrieben. so ein paar leuten cool ich würde sagen zur abwechslung spielen wir ein bisschen miteinander mit euch ja mit euch mit euch miteinander ihr könnt alle mit spielen statt spieler doch miteinander und wartet darauf dass ich einen buchstaben in den chat schreiben und dann müsst ihr drücken dann kommen vielleicht eine lobby genau ich schreibe ein buchstaben im chat und dann müsst ihr dabei könnt ihr auch miteinander drücken und dann können vielleicht zusammen spielen die sinne schreibt mir mal wer alles so ready ist und danach geht es weiter mit euren levin ist ja ganz klar ist ja ganz klar was hat er denn gesagt sagst du doch einfach und posten nicht irgendwelche links jetzt hier in der stelle das gibt eine anzeige das gibt eine anzeige der methode mann oh mann ready ready bereit warte ich war immer ganz kurz und im ungefähr denn jetzt los die 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 jahre was auch beim ersten buchstaben muss ich gleich hier so alles entspannt so ich würde sagen bitte noch seit ihr alle die leute das geht los geht's fertig entspannt vielleicht ist immer von euch dabei mal gucken toxos und kev wie sie gleich zwei leute ich kenne die so und nicht anders so und nicht anders so und nicht anders so mal gucken ob das level auch gut ist weil dann wäre alles optimal und die verbindung auch gut ist mal gucken das ist alles optimal hier ich frage mich auch wann kommt endlich der multiplayer mit freunde der toady da unten leute der tod einfach ja moin ja moin so kann mit pilz jetzt wird das ja hoffentlich ganz entspannt also ein richtiges spam level ich kann schon wieder kotzen so ein richtiges spam level hilfe hilfe oh bitte bitte kickstops grüß dich moin machst du bei jeder runde einen neuen buchstab ist doch egal oder nicht hilfe hilfe rutschlumpf bitte nicht wenn du welche buchstaben reinschreiben das braucht jetzt nicht das ist auch nach dem 50 mal nicht mehr lustig soll ich das erste mal dass wir das machen oh gott der pilz respawned einfach alles klar so ein dreckslevel alter wie kann man denn so ein spam bauen wie man oh man richtig belastend das ist auch richtig belastend ey ja wir gehen zur toilette toilette ich komme hi grüß dich was kommt denn da oben hä anscheinend gar nichts taudi hat es geschafft leute da oben für taudi easy easy hab ich da mal fünfmal geschrieben ja 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 easy so du kassel entspannt und sonst darüber sam oder was das so würde noch mal heute noch eine runde wollen wir doch eine runde ja ja so wo er die hier ist doch sogar noch wach seiden ja habe ich ja 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 Tanja, nicht spamen. Warum? Warum? Spamst du jetzt Nachrichten? Das sind die Buchstaben. Tanja, was los? Tanja, wacht ihr so los? Nichts Buchstaben-Spam, Tanja. Okay. So, neue Runde, neues Glück. Los. Also ausblenden müsste ich dafür jetzt nicht extra, Leute. Ist denn doch wieder ein bisschen zu hart, ne? Ein Timeout würde es auch bringen. Also ausblenden, Säbel. Das ist... Ein bisschen zu viel. So, nächste Runde. Nächste Runde. Ja, ja. Würde ich auch sagen, Jürgen. Alter, in 20 Minuten gibt es die Klien-Überraschung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wenn wir da, mache ich schnell was. Ah ja. Gut. Und ist jemand dabei von euch? Mal gucken. Komm. Komm. Oh, Stauder. Was ist denn da los? Hä? Werde ich da noch nie weit raus. Jo, hey, Jui, Tendo oder so. Hi, grüß dich. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Wer einen Buchstaben schreibt, der nicht Pius ist, wird... Ja. Oder es wird bitte keine Buchstaben, einfach so wenden Buchstaben. Das ist unnötig. Meine Eltern haben ja erlaubt, den Film zu schauen, Pius. Das glaubst du auch nicht, oder? Ne, ne, ne. Das ist ja hier. Grüße gehen raus an deine Eltern. Grüße gehen raus. Okay. Wer war ich, bitte? Hä? Wer war ich? Achso, Mario. Ah ja. Wer ist dieser Luigi? Ehrenlos. Ja, wo bin ich denn jetzt? So. Boah, bei mir läuft's. Ja, geiles Server auf jeden Fall. Hallo. Grüßt euch. Ehre. Ich komme. Ah, ich warte mal, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh auch schon. Ich warte jetzt eigentlich mal ganz kurz. Ah, das Ziel erreicht. Ehre. Und ich sterbe erst mal. Man kennt's. Okay. So. Entspannt. Warum darf man das nicht? Ja, was bringt es dir, irgendein Buchstaben zu schreiben und in den Chat zu schreiben? Dies bringt mir nix, das bringt dir nix. Und das war ein Gegeneinander-Level. Ist der eigentlich eingeschränkt, der Typ? Ist der eingeschränkt? Warum ist das ein Gegeneinander-Level? Was ist denn da los, ey? War eine gute Runde. Ja, so. Und jetzt, um halt noch ein bisschen Salz und Zucker zu erzeugen, geht's noch ein bisschen weiter mit hier. Geheneinander, Leute. Und danach eure Level. Wieder einmal. Und um 45 gibt's eine Überraschung von Kilian, Leute. Bin sehr gespannt. Und jetzt ein bisschen zollt. Lukas Kühn, grüß dich. Ein bisschen zollt. Spyro, ah ja. Der Yoshi ist ja süß. Der Yoshi ist ja süß. Muss auf, leider. Hau rein, Mann, ab. War schön. Okay, so. Ein bisschen gegeneinander, oder? Mach dir auf was gefasst. Äh, okay. Aber alles klar. So, Leute. Jetzt ein bisschen anstrengend. Wir wollen ja irgendwann mal Rang A werden. Erstmal ein Lebensziel. Wir sind gut. Wir kommen gut voran. Wer bin ich überhaupt? So, und nicht alles. So, und nicht alles. Das war hier wieder unser Studenten-Trick. Grüßt euch. Ja, das war Dreck. Ha. Ha. Und NXT Blue Star, grüß dich. Das war Profi hier, ey. Geil. So, eine geht noch. Einer geht noch. Bäm. Ah, Profi. Profi. Jetzt kommt der Level von mir auf jeden Fall. Aber Level von euch kommen auch noch dran, Leute. Der Stream geht noch ein bisschen. Wir haben Zeit. Und ihr hoffentlich auch, ne? Inzwischen hat da jeder Ferien und ist heute... Was ist heute für ein Tag eigentlich? Mittwoch. Ah, ja. Ne. Morgen ist schon Donnerstag? What? Alter. Morgen in einer Woche habe ich schon wieder Schule. Was ist das denn? E. Oh, nein. Ah, ja. Hi. Hi, danke fürs Abonnieren. Grüß dich, Kollege. War auf Ehre. Oh, nein. Einfach nur zum Trollen. Sonor, danke fürs Abonnieren. Willkommen bei... 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 Was ist das hier? Bei... Team Toad. Ja, 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 ja. Das ist... Das ist Level... Das ist Level... Das ist Level Design. Wie ich 2019 mag. Alles gut, Sam. Alles gut. Oh, der ist aber überhaupt nicht gut, ey. Dreck, ey. Das werden mich abonniert auf jeden Fall. Ich war da schon fürs Abonnieren. Hab's schon mal gesehen. Alles gut, Sam. Alles gut. Willkommen beim Skill-Losen-Fuse. Daumen hoch für die Skill-Leute. Ja, umf. Ich war mit drin. Ich bin mal, ich hab gewonnen. Echt jetzt? Level Design in Perfektion. Ja, da war auf jeden Fall wieder ein, ein Student am Werk. Eieieiei. 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 Ach, stimmt. Läuft mit dir. Okay, Leute. Schreibt an und drückt. Jo, Leute. Ihr kommt wieder mit spielen. Ging aneinander, Leute. Ihr wisst bescheid. Ich probiere mal eine Runde. Und spam. Keine Buchstaben. Ihr schreibt keine. Nur ich. Also keine alte Buchstaben. Ne, ihr wisst bescheid. So. Let's... Go. Gleich. Jetzt. Easy. Neue Runde. Neues Glück für Pius. Ein Student am Werk. War Pius nicht Student? Mehrere. Also, wer einen Buchstaben schreibt, der nicht genau genau. Genau, aber der kriegt der... Wo habe ich hier kein Internet? Wo habe ich hier kein Internet? Wo habe ich hier kein Internet? Was ist hier kein Internet? Was ist hier? Spüre es. Und spüre die Macht von... Hallo? spüre die macht von 1 1 also mehr liegst nicht nur noch näher kann ich mein dsl modem auch nicht halten wenn das dsl modem auch nichts mehr bringt dann sind wir hier bei nintendo switch online erweitert ein spielerlebnis erweitert ein spielerlebnis steh auf erweitert oh 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 gegen salz hilft nur hallo zucker lecker 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 sehr schön sehr schön sehr schön das war aber jetzt hier so süßle ist hier wieder nicht mehr messbar heute schon auf dem neuen planeten ist das an so neue runde glück für euch entspannt jetzt ok ah ja in zehn minuten Leute kommt die überraschend von kiel ich bin sehr gespannt Kilian was hast du für eine überraschung Kilian Kilian was ist los bei dir oh no ok sind alle abgekratzt so wie ich fast aber ich bin ein profi hier alle gestorben easy chef hallo pios hallo lord tobi grüß dich was gehen jetzt hier ab oh internet ist schon wieder on point mir egal oh der lachs wir ende dein level beende dein level beende dein level beende dein level ich hab gesagt du sollst dein level beenden beende dein ehrenlos beende dein level ich sehe nix ich hab gesagt du sollst dein level beenden hör mal auf mich dann kriegst du auch ein like von mir also eventuell ne oh nein was will ich mit dem pilz gib mir was vernünftiges oh haut doch alle ab ist das ein trash lass mich doch jetzt rein bohr ich mir das hier auf eh ja mann ja mann pfff daumen hoch für den skill puuuuh jee ja du ne ich war jetzt nicht so geil war anstrengendes level design war obwohl es viel gegeneinander eigentlich schon geeignet wäre ja da hätte ich auch mitte geben können doch 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 also war für den anderen schon ganz gut aber als normales level kacke vom design her eigentlich ja ich hätte es besser ja das hätte ich besser bewerten können das geht ja 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 kommt er auf mein discord server der link jetzt im chat hier von gamertode der links zu meinem discord server könnt ihr mit mir schreiben mit anderen leuten schreiben kommt gerne zum discord server so neue runde neues glück leute ah wasko war wieder dabei ja moin ne easy easy hast du eigentlich überhaupt pluspunkte doch 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 ein paar ein paar so neue runde neues glück hast deine freundin aktuell also keine feste nähe gerade nicht ehrenlos kann ja man so darf es ein bisschen abversammt wurde grüße vom klo 3 so schön auf dem klo habe ich kenne keinen oder ich glaube ich kenne keinen von euch ist dann schön auf dem klo johnny neue runde neues glück sehen wir wie lange das dann zu gucken dann kann deine mami die erlaubt ist nur muss ich meinen ruder wiederholen ja geil ja was das denn gönnt mir gönnt mir gönnt mir gönnt mir die schützt muss los ich muss leider los hau doch mal ab jetzt das ist ein ehrenloser wollte mich alle alle verarschen hier absolut ehrenlos absolut ehrenlos also so rum wir machen bestimmt nicht eine vollidioten hauptsache mich schädigen mario lasst ihn doch gewinnen stehe wie bis hier oben immerhin sind wir alle hier ne was ist denn los bei euch joshii austauschen und kens ja wer siegt ihr noch wenigstens ich sage ich inkompetenz anscheinend gibt mir das klo haha pech gehabt haha tschüss euer karma holt euch ab euer karma holt euch ein sehr geil beende dein level mach schluss was erst halbzeit bruder warum das maximal 50 oder 60 fb ist natürlich die 5 15 geil bitte muss ich den besiegen ich hoffe nicht hoffe nicht ich habe einfach mal durch ne ich fahre einfach mal durch als ob ach mann ich fahre so schnell hier ist alles kacke ey aber so unnötig aber was willst du hier Toilette geh nach hause stirb sei nicht so ehrenlos geh nach hause oh was ist denn die die ist so zum kotzen ne die ist so zum kotzen ey was ist denn los geh doch weg jetzt wie ehrenlos kann man dank dann geh doch da rein komm geh rein nervt mich nicht ey oh ey was ist das für ein mensch ey komm 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 was ist das ich war ja sowas von kacke aber am ende hat die gerechtigkeit gewonnen habe alles gemacht alles wer haben zusammen auf jeden fall das ist immer kacke ja die spielte immer spielte leute immer von den schlechtesten menschen gespielt das gefühlt ja wir machen fortschritte leute leon hart grüß dich nach bios und dann wie eine abonniere und zwar der leon hart dankeschön fürs abonnieren willkommen bei team topper lieber grüß dich willkommen bei team toto es ist gleich 45 leute da kommt die überraschung von kirjan bin sehr gespannt deswegen warten wir jetzt ganz kurz kirjan ankündigt für 45 eine überraschung deswegen bin gespannt was euch passiert bleiben sie dran nach der werbung wir sind nicht bei rtl ok ich bin gespannt was los zehn millionen donation ja ich denke schon ja zehn millionen sind drin glaube ich okay seine mega überraschend und ich bin sehr gespannt was die mega war schon ist kostenbar waren ja ich gucke auf die uhr ne ja ja ab jetzt hier ja ich komme die box ich raste aus die wollen die werden morgen eben wieder abgezählt und dann fragt mich einer älter heute die habe es gemacht ja wegen so welchen accounts genau wegen so welchen accounts sind dann hat die aus am start ne park ist auf jeden fall dann jetzt haben die tieren was kommt da gleich das ist kinder zu überraschend genau die bots genau die bots und kens okay los geht's auf die plätze fällt das ist natürlich weiter weil der was passiert gleich Junge! Gib den Code ein Das ist ein Code hier für eine Million auf dem Konto Eier Schwede Das der in den Kien für ihn eingesendet hat Münzfreie Wettpipios Collecte 5 TT Coys And go in the pipe Bubble Kick's off Wart mal ab Wart mal ab Das wird nicht alles sein Never Kilian hat immer so krasse Ideen Read Also ready Ich will Ich bin ready Das ist nicht umsonst zu viel Hat die Münzsumme Die Münzsumme hat keinen Das hat kein Zeichen Nee Nee Aber nicht Wenn das Münzding jetzt hier Also wenn die Wenn diese herauszuhören Irgendeine Anspieler ist Dann muss ich mal los Wenn das jetzt der Anspieler ist Dann bin ich weg Dann bin ich weg Dann war mein Ende heute hier Steht da Hat Was Hat dich Hate dich Dislike oder was Hate dich H Hab dich lieb Echt dich auch Kilian Ey kack vielleicht doch was von die Hose ne Was ist die Lose Was ist die Lose Was gehen ab hier eigentlich Was ist die Lose 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 Hatte die blauen röhren rein ok Hallo Für uns nach den Lose Tschüss Verarsche Ich verarsche eigentlich hier Da habe ich den 1. April Jetzt habt ihr ein bisschen verfasst ne Es geht eigentlich ab hier Wo kam ich überhaupt raus Ich kann vielleicht sowas in die Hose ne Ah hier kam ich her ok Ok Das ist der Bonus Ich schicke einfach gar nichts mehr Ey wenn diese Münzen irgendwas bedeuten ne Lämmert sich los ne Das macht der nicht 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 Kannst du sowas noch vergessen ne Näh Ey Die Hils Ich frage mir das auch ey Ich frage mir das auch Alter Ich frage mich das auch Was ist die Lose Was steht jetzt hier schon wieder Bleib Die Jawohl Und diese versprochene Späbte gibt es on to top Danke dir, dass ich in so einer coolen Gruppe dabei Oh Kilian Sein darf Hab dich lieb Dein Eiergott Kilian Kleiner als 3 Kleiner als 3 Kleiner als 3 Kleiner als 3 Darf doch einfach mal 150 Oh Ich verarschne eigentlich Soll ich jetzt keine 1000 Dann hörst du dich auch komplett raus hier Jawohl Kilian Was für dich darfst du sagen alter Hehehe 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 What ist denn los bei dir? Hehehe Ja Ja sie das ist einfach die größte Verarsche gerade hier verpasst alter Kommt nicht mit so einem Level an alter Hehehe 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 Und wait auch noch hier Ja was ist denn hier los? Dankeschön für hallo hallo Stein Army Hehehe 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 Wait Levele ich hier als verarscht und auch nur 50 Euro. Das beste Leben, ey. Oh, nee, du. Kieran, was ist los bei dir? Was ist los bei dir? So, ich bin jetzt reich, Leute. Mach. Weiter. So, ja, Mann. Let's level hier so, dass... Ja, ich dachte mir so, was ist das hier? Komm, mir nur welche Texte und so. Okay, ja, danke schön. Was steht da jetzt? Du, tot. Hab ich so auf die Spannung hier gehalten. Das war richtig lustig gerade. Ey, was sind da jetzt? Was ist denn da oben? Feine Finale. Ah, ja. Wie gibt's Geld? Na, das gibt's Klicks. Ja, da kann ich sowas von den Titel Schanakia. Was ist los? Was zu diesem Monat rausgehauen hat, Alter. Tony, grüßt dich und wollen alle Stein-Army-Leute. Ich kenne euch vom Namen jetzt hier nicht, aber hi. Ey. Wow. Kieran, unfassbar. Was geht jetzt hier ab? Kieran, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, Alter. Wie hast du seine Käufe verpasst? Das ist jetzt nicht dein Ernst zu klickern. Wo war die? Wo war die denn jetzt? Ey, ich muss die Stein-Army, ich kenne... Wer ist, wer ist denn dieser Stein-Army? Ich kenne den gar nicht. Auf jeden Fall, moin. Meine Wörter macht weiter so. Achso. Okay, dann gehen wir doch nochmal hin. Ey, Kieran. Du bist einfach mal unfassbar, ne? Ah ja, also ein Raum davor. Ah, die blaue Röhre. Der Student, Leute. Der Student. 850 Euro, Alter. Was ist denn los bei dir, Kieran? Wir wollen den Lambo sehen, ja, Mann. Ja, der Monat war auf jeden Fall fett, ne? Hi, Dankeschön fürs Abonnieren an Annette. Dankeschön, willkommen bei TeamTour. Oh, Leute. Was ist hier los? Okay. Ja, dieses war es auch mal wieder komplett, ne? Ich dachte, du warst sprachlos, weil ich dir so was Schönes gemacht habe. Ja, ich bin auch sprachlos einer. Aber ich kann trotzdem noch reden. Kieran. Uff. Also. Das Slam ist aber auch geil, Alter. Oh. Das Slam ist aber auch geil, ey. Du bist echt ein Lachs, ja, Mann. Ja, das sehe ich auch so. Ich hätte gar nicht so viele Münzen sammeln müssen. Die gibt es so viele an einer Ecke. Die liegen ja alle so oben, Leute. Tee, tee, ja, Mann. Ich bin eigentlich nur noch ein Toad-Fan hat hier im Level. Yeah. Ja, Mann. Okay, ja. Hey, Pius, mein Level müsste jetzt gleich an und dran kommen. Ja, mal gucken. Alter. Junge, wenn ich später ordentlich Manni als Fachanwalt mache, finanziere ich die halbe Nintendo-Szene. Aber meistens bei mir, ne? Das ist ja ganz klar. Dann jetzt. Ich hab dich in eine Tieres reingetan. Ja. Wird's Fachanwalt werden? Ja, dann herzlichen Glückwunsch, ey. Puh, Kilian. Gegeneinander, Alter. Die müssen sich auch denken, dass es irgendwie anders spielt. Was ist das denn? Oh, Kilian. Ja, Mann. Und kann das selber online? Heute. Theoretisch würde ich das sogar sehen können, ne? Wenn ich mal ein Abo-Feed gegangen vom Level. Puh, Kilian ist ein Lachsagracker. Pius ist atemlos, ja. Atemlos durch die Nacht bis ein neuer Tag erwacht. Pius Book auf 500. Donation, warte noch ein Jahr, dann geht ab von mir. Alter, du wirst nicht verarschen. Oh, Leute, ey. Heute ist los. Ich bin jetzt völlig fertig hier eigentlich. Ich bin jetzt völlig fertig, Leute. Like das Level. Ja. Aber Leben zu Ende. Ich will mich da gefühlt hundertmal für bedanken. No joke. Ich habe mich so gefreut, als ich das war. Und mich so ein paar Leute kannten. Dummerweise habe ich zwar für andere vergessen. Das war keine Absicht. Zum Beispiel Paul und Bims. Paul, ich weiß nicht. Irgendwie kam ich da in dem Moment nicht drauf. Natürlich hätte ich sie reingemommen. Das war doof gelaufen. Pius de Lachs, ja, Leute. Ja, Kilian, ey. Du bist krank. Krank vor allem hast du diese Mutter. Wiese. Diesen Mund hast du schon rausgekommen ohne Ende, Leute. Nochmal eine Herzparade hier für Kilian an dieser Stelle, Leute. Ich mache es sogar mit. Wenn das Herz dann mal laden tut. Wo ist denn das überhaupt? Eine Herzparade für Kilian, bitte, Leute. Die hat hier gerade 150 rausgekommen, ey. So. Albert ist auch ganz am Ende. Albert, hi. Er ist auch völlig mit dem Leben zerstört. Er ist auch am Ende, Leute. Er hat sie für Kilian, Leute. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Ja, Dankeschön. Ja, das erste Geld, was ich davon ausgebe, ist, habe ich von meinem Antivierenprogramm. 20 Euro. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Kannst du jetzt da denn sofort eine neue Erde? Puuuuh. Die Stein-Army macht's auch weiter. Ja. Die Freiheit, wenn man noch keiner beahnt wurde, ne? Wer ist denn jetzt die Stein-Army? Ja, ja, moin. Äh. Noch mehr Herzen geht auch nicht mehr. Aber komm, gehören wir uns mal. Auf, Kiederns Nacken. Äh. 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 Was geht jetzt hier ab? Äh. Sonst geht's euch... Ah. Äh. 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 Kann mir mal irgendjemand erzählen, was jetzt hier los war? Die sind doch schon alle VIP. Hä? Hä? Die waren doch schon alle... Hä? Die waren doch schon alle VIP. Was ist denn hier los? Da habt ihr jetzt alle abgegründet, aber labert nicht. Hä? Die sind alle gestern... Die Einblätter waren von gestern. Hä? Das versteht man so überhaupt nicht. Das war gestern. Und die Einblätter waren alle heute. Ja, Leute, wir haben jetzt den 1. August. In sieben Tagen habe ich wieder Schule. Geil. Nein, die haben sich alle geupgradet. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung, was da wieder los ist, Leute. Ich weiß nur eins. Kilian ist der größte Ehrenmann, den ich hier kenne. Hallo, August. Neuer Monat. Wuuuuh. Der Juli war auf jeden Fall der krasseste donation-Monat, den ich bisher hatte. Ja, der Juli war der krasseste, den ich hatte. Die Abos haben sich geflasht wegen dem neuen Monat. Eigentlich nicht, weil die gestern erst reinkam und man kauft das immer, man kauft das nicht für einen Monat, sondern man kauft das immer, also doch, man kauft den Monat, aber man kauft es für 30 Tage, glaube ich. Und dann ist es unabhängig vom Monat, und dann ist es unabhängig vom Monat, und dann ist es für 30 Tage, glaube ich. Alter Ehre. Bei mir haben wir einen Ferien, bei unter einer Woche, aber wir nicht. Bei mir läuft die, weil wir rennen. Den sieht man da. Hallo. Samstag. Ja, 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 ja. so bei der Art der Stelle für den Rhythmus also so kann man auch mal den Film ja heute machen ja ja die stein abend höchste stein abend ja es wird den chat voll wir wollen auch rein haut die tasten rein außer beleidigungen ja die glaskugel ja das ist die glaskugel wir schauen uns in die zukunft würde ich sehe rosige zeiten für toads in neuen mario spielen ich sehe ein marco 9 für nächstes jahr für 30 wird auf der e3 angekündigt ach die wird nur jetzt auch noch aber gut ja aber nicht es gibt ja oder was kann es mir erzählen jetzt das verarschen kann ich mir allein wenn der jetzt auch noch streamt der ist aber schluss hier ne ne der es gibt nicht das war jetzt verarschen ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe besser mit dem online aber das gibt es ne gibt es nicht ey ja ja ok machen wir in hamburg ne jetzt hab ich dabei das griffchen gut da bist du ich bin marce davis leiter für kundenzufriedenheit bei 1&1 kaufen sie jetzt no werbung sonst ist mein geld ganz schnell wieder weg wenn die mädereinstalten wir strafe zahlen lassen weil ich habe gemacht so aber auch geklärt ne gut steinami ja man wer ist denn jetzt der steiner muss jetzt hier selber ich glaube die glaskugel ist ein bisschen zu laut geworden wer ist hier wer ist denn jetzt der steiner keiner kann dir mal irgendwas sagen ne so jetzt reicht es mir hier habe ich schon leicht da gelassen für diesen tollen stream heute steiner heißt der so oder es gibt einen stein an ihr zwei abonnenten ich glaube es nicht dass das der ist das 20 neue twitter nachricht was gehen hier ab naja eric hat hier mich auf beste getan in meiner tierlist ehre 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 aber auch bin ja auch okay damit kann ja auch noch leben geht gar nicht ist für mich hatte bisher noch gar nicht also bin ich froh darüber ich freue mich warum ist das jetzt so dritte hier hallo 1 1 ahja ehre lang spielst du noch muss ja mal hier runter kommen das fenster aufmachen hier so recht mit hier erstmal hallo hallo was ich finde brise reinkommt geiler scheiße geiler scheiße steinarm ist ein typ der mehr accounts hat der wailt sich also der wailt sozusagen mit sich selber oder wie gesagt ich schwitze nicht aber es war also in der bude schon wieder 50 grad gefühlt erst wieder freitag naja am 2 morgen morgen ist die der rips zwiebende morgen um 14 uhr und auch gott morgen um 14 uhr leute spiele ich bei wippels smash boss in seinem zwölf stunden stream leute morgen um 14 uhr viel mit dem smash um 13 uhr von 13 bis 14 uhr morgen bei wippels smash leute ihr wisst bescheid ist ja morgen alter was ist denn hier los was ist denn hier los also pios ist mir meine war schon für dich eigentlich ja das war richtig geil das war richtig nice gejahre richtig heiß dankeschön richtig als team von der beste tt leute macht euren namen tt rein oder das ist ehre etwas kommt hier so was von als ihm heilert online aber so was von aber als extra video ich mache da nicht als ich mache nicht den stream schneide ich nicht zu einem video das habe ich ja schon mal gemacht ich will nicht dass der rest weg ist ja schon dass der rest drin bleibt deswegen ist es als normales video online kommen denke ich ja das war wieder abschluss heute hier bin ich im video aber guck mich ja ich denke ich mache nur die das level da rein denke ich hallo ich denke das hat man gar nicht sehen leute hier ist wir heute mal vorgeschlagen dich mit fünf zuschauer meinerseits zu werden da habe ich nur bestimmt geschrieben ich habe mich daran erinnern ich kann mich daran erinnern ich habe ich damals gewundert luna vielen dank willkommen bei team toad grüß dich absolute ehre oh gott alter muss zwei luna vielen dankeschön das freut mich gerade belastet ist dass ich um 13 morgen am pc hier ready sein muss um mit rückwärts spiel aufgestanden und zwölf kam ja ich gehe mal weg mit ihnen kommt zum abschluss noch ein paar runden hier vernetze spielen wissen geht noch leute bisschen miteinander leute bisschen spaß zu haben weil ihr ready ein bisschen geht noch steiner am eu ich ist das jetzt ein bühler account oder was ist das jetzt ich verstehe aber noch nicht warte als was passiert was passiert was hast du jetzt vor kiki was hat kiki mitglied geworden kiki mitglied Pass Prinz warte bist du in dieses g groot mall sein ich bin kein mehr hochgedacht zweck mitglied voll hope ich bin ich bin hil litt jetzt habe ich schlossen Jetzt guck mal was bei typisch steht ich habe den dienst jetzt ein paar wochen abschuss hier steht abschuss abschuss so ich bin soweit heute mein dsl modus auch bereit bereit fertig spürt die macht des dsl modus oder komm die sporpius etwas vorlesen was euch vorlesen was euch vorlesen so ist jemand von euch dabei ich spür sie ehre ehre oh rutschlumpf hau rein auch schönes damals gute nacht was typisch sagt was typisch sagt da ihr wieder fast kann oh alter ich kipp um ey oder wie viel sind das hier ja irgendwie sowas hey hör auf sind wir von euch dabei ich kenne jetzt zumindest keinen schade ich kenne jetzt zumindest keinen schade ich kenne ja nicht alle eure namen oh gott oh gott oh gott oh gott äh 2014 nee 13 13 13 13 bin schon alt noch ein hau rein luka schluss da was ich bin aber als letztes dom ist dabei wer bist du denn äh wer bist du denn äh was ist das denn für snylermann ja wir spielen hier miteinander leute ehrenlos ich bin Mario oh gott oh gott alles gut nein wir leben was war das jetzt gerade auf jeden fall wollte ich mich bedanken dass ich so herzhaft bei euch auch schon noch kein ding klären hier ist jeder gekommen was ist denn bei denen los was ist denn hier los ne 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 ich würde sagen sind schon 10 sind schon 10 doch doch wer steht eben das leute hier willkommen im stream hier grüß dich jaja 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 weut los ich muss los noch eine runde leute habt ihr lust habt ihr los auf eine runde hier mit dem dsl modem bruder muss jetzt ernsthaft oder us-fios kommt wegen mir nicht mehr klar das war heute echt ende hier ja sache wieder 17 man kennt heute war also heute war wieder abschluss ist erst mal ehrentot geworden der haute einfach zu 20 euro ausjahren es ist ein schmied alter noch brauchte ich noch so leute ab hilfe nächste runde neues glück reinzukommen ab geht's mit der power des csl modems auch weh gute besserung die esl mein dsl wurde funktioniert mit wlan kabel also müssen wissen es ist ja ein wlan kabel deswegen brauche ich kein kabel sondern das ist ein wlan kabel ist bescheid in drehen leidt drin ist aber gut das heißt draußen zu noch bombenprank auf jeden fall diese luft sehr schön nächste runde neu 3 fps für uns oder hallo los gut keine buchstaben genau leute schreibt bitte keine buchstaben im chat das war unnötig sonst gibt es dann irgendwann hat sich der beste reiber deutschland spiel ich würde sagen 5 fps wer ist hier eigentlich alles dabei alle torxos den kenne auf jeden fall ehre der spielt als luigi hallo na wie uff komm ohne tod ohne tod bäm skillick so und nicht anders läuft das hier ah sehr geil sehr geil was ist das hier pils entspannt mit dem fallschirm dran alles klar man kennt's leute kommt zu mir sporn zu mir leute kommt dran bevor ich noch sterbe kommt zu mir gott nein nein hör auf was was wie ist der dahin gekommen dein ernstes film bleibt auch drin das meine ich ja gar nicht wie kann man gelber totband ich kann das immer die wissen zu wenigstens in italien so mein lieber macht spaß saß wie sieht der denn aus der torx das sieht aber auch keiner aus aber die wird trans opel einer was ist über die los ist er fühlt sich wie ich mit meiner diskussion wo den daten ganz viel mehr ist so laut irgendwie laut laut er hat auch sollte ich gewohnt werden ja ja ich bin der ekel aber guck mal guck mal auf jeden fall das viel bleibt natürlich online ist ja ganz klar niemand kam ich bin ich war nicht den bahn zum abschluss ich sage heute machen wir mal nicht so lange heute machen wir nicht so lange aber das heißt nicht so lange denn er geht auch schon wieder drei stunden und wir machen auch die drei stunden voll okay doch wir machen die drei stunden voll auf jeden fall die drei stunden voll und das wollte jetzt gar nicht profi tipp noch mal neu noch mal neu 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 ok seid ihr ready seid ihr ready äh lukas was sollen die zahlen seid ihr ready für eine miteinander runde leute je sehr gut geister leon keine buchstaben spam wo ist dein problem ready ist die zahra nice der macht einfach weiter er macht einfach weiter ehre los wo ist los ja so warte die schaden ist ready jazin ist auch ready was soll das heißen weit babbel abo ist abgeschlossen hat die galaxy so seid ihr ready los geht's mit der power des dsl modems die drei stunden auf jeden fall voll heute ist ja ganz klar ne die drei stunden machen wir voll ehre ich frage ist ob bios wo die ist immer das dsl modem war wohl nicht weit genug am bruder lukas wo ist dein problem jetzt mal ganz ernsthaft wo ist dein problem lukas hier irgendwelche zahlen reinzuschreiben okay noch mal neue runde das liefer jetzt nicht so gut neue runde neues glückleute so mal gucken ob das jetzt das wird mit der power des dtl modus sollte ich spüre die power spürt die power leute sind zwei meter aus so weit weg ja für die wlan antenne der switch auf jeden fall die werte der switch ist dreck die ist richtiger dreck fahrer je sakura auf jeden fall moin willkommen hier im stream dazu ist dabei das richtig gesehen den kenne ich vom namen her ich glaube ich habe den kenne ich habe den kenne ich habe den kenne ich das ist schon wieder von level was ist das für ein level was ist denn bei denen los sag mal seid ihr alle unfähig oder ja so macht man das also einige menschen können halt nicht mal springen anscheinend oh mann ich spiele nur mit inkompetenten also bitte jetzt war der leck was ist das für ein männer könnte ich nicht mehr können sich kipp internet leisten und können auch nicht spielen ich gebe es ja zu mit den lecks nicht ganz so leicht aber also so schlecht muss man auch nicht spielen also so scheiße muss man jetzt hört doch einfach alle auf weißt du was gibt einfach alle auf bleibt am besten alle stehen haben vielleicht besser internet und dann schafft jetzt auch alleine ich brauche ich nicht ihr könnt alle nichts ich bin der einzige der hier minimal skill hat die schriftlich runter oh leute was ist hier los hamburger spot grüß dich bist ein hamburger ja da sind wir hier richtig hallo grüße gehen von hamburg nach hamburg moin alter schwede einer schwede so zum abschluss zu den drei runden er zu den drei stunden gibt es eine abschluss runde hier ineinander leute mein zucker ist am start wenn wir das brauchen dass wir jetzt nach der werbung letzte runde leute und dann könnt ihr alle hoch verlassen für diesen skill heute und mir auf instagram fall und ich brauche aber die tausend ein paar fehlen noch ein paar fehlen noch hallo man ist da tier man sieht es glaube ich ne ja ebims 1 taut hallo wenn der fokus einfach am ballern ist dann bist du hier zu hause wenn der fokus einfach am start ist okay aber vergessen auszuschreiben ich bin profi leute ich bin profi die profi wo du kannst dass wir glauben an dich los also los ich kann ja nicht lesen bis zu neu ich kenne deinen namen auf jeden fall nicht oder auch nicht ich habe ich habe da ich habe nach oben gedrückt da war alle gestorben was könnt ihr eigentlich also ich kann mir die blume bürger von bürger ich bin nix bewertungen heute wieder bei mir profi auch ich würde sagen das war doch wieder richtig lustig lange haben wir noch nicht so ganz erreicht heute ein dritter ungefähr das ist noch ein weiter weg aber ja demnächst geht es hier weiter mit euren leveln und weiter spaß haben spielt gerne meine leute ja dafür ist jetzt groß die ersten drei stunden nach einer runde das war's ja das war's wieder komplett ja sie haben wir nicht bekommen am nächsten mal hast du bestimmt glück nach drei stunden haben jetzt genug gemacht leute das war heute wieder richtig lustig und dann natürlich hier an kiki youtube an eier gott und was war auf teil wird noch los noch mal kurz rein alter schmiedel so heute war hier auf teil die 150 natürlich von kirjan aber da war noch mehr heute 5 euro 5 euro 1 euro 150 euro gute nacht zusammen eine kleine spende ich habe genug leute gibt reicht für heute hier schlaf gut nach dem ganzen zucker ehre lecker 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 das war's heute haut reine toads abonniert mich falls ihr neuer seid und like diesen tollen stream weil der war echt richtig toll und danke an kianne herz an ich kann kein herz machen das ist hier die merkel das ist so wie zum nächsten mal auch drei leute drei leute zum nächsten mal schlafen sie schön hier ist mein kopf die jahre geht raus an kian ist ehre ohne ende und kommt auf dem disco server leute haut rein jetzt weg vom fenster ja 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 ja